Sehr viele Leute haben gefragt, ob ich eine Spielevorschau für den nächsten Monat machen kann. Ja, bitteschön. Vorab vielleicht nochmal ganz kurz, ich werde hier nicht über jedes Spiel reden, denn es kommen ungefähr 40, 50 Spiele in diesem Monat raus, sondern ich picke mir die raus, die besonders erwähnenswert sind. Als erstes wäre dann ein Spiel namens Rain. Rain kommt für die Playstation 3, wird ein reiner Downloadtitel werden und ist ein Titel, wo ihr mit einem kleinen Jungen durch eine verregnete Stadt lauft. Der Clou an der Sache ist, dass ihr den Jungen aber nie sehen könnt, weil er unsichtbar ist. Rain wird den kleinen Jungen nur dadurch symbolisieren, dass man zum Beispiel Fußstapfen sieht oder dass der Regen an ihm abrasselt. Ist also ein ganz witziges Spiel. Rain verlangt von euch aber auch Köpfchen, weil es ein Puzzlespiel ist und ihr da verschiedene Rätsel lösen müsst. Das Problem in dem Spiel ist so ein bisschen, dass es relativ kurz ist. Vier Stunden länger geht es nicht, was für einen Downloadtitel aber eigentlich schon wieder normal ist. Problematisch ist aber eher, dass so dieses Gimmick, also der Junge, der unsichtbar ist, dass sich das relativ schnell aufbraucht. Ihr solltet euch also entscheiden, ob ihr das spannend genug findet, um dieses Spiel tatsächlich zu kaufen. Am 8. geht es dann weiter mit einem der Jahreshighlights, Beyond Two Souls. Ich bin ein riesiger Fan von Heavy Rain gewesen. David Cage, der das gemacht hat und zuvor auch Fahrenheit, der hat jetzt das Projekt am Start. Und ich habe es ja schon spielen dürfen und war vorher ja total aus dem Häuschen. Danach muss ich aber sagen, die Steuerung hat mich schon ganz schön abgefuckt. Ich habe jetzt von vielen Kollegen gehört, dass sie gesagt haben, diese Steuerung, wenn man den Körper von Alan Page, die ja die Hauptrolle spielt, verlassen kann, die ist mega schwammig. Deswegen bin ich ehrlich gesagt gespannt, ob die Story das hält, was sie verspricht. Denn sonst könnte Beyond vielleicht sogar ein kleiner Flop werden. Wartet da unbedingt mal auf die ersten Reviews. Ich werde das Spiel auch die Tage spielen und euch natürlich auch sagen, wie es ist. Am 12. Oktober kommt dann das Spiel, wo wahrscheinlich die meisten von euch diesen Monat darauf warten. Pokémon XY. Ich sage es ganz offen, ich habe noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt. Deswegen freue ich mich aber tatsächlich auch umso mehr darauf, weil ich werde mir das auch mal ausleihen. Ich habe ja jetzt eine Wii U zu Hause und werde mir das mal angucken. Ist dann quasi mein erstes Pokémon und ich bin mal gespannt, was ich dann als erstes Starter-Pokémon nehmen werde. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, der hat doch einen Knall. Das Spiel, wo ich mich diesen Monat mit am meisten drauf freue, ist Lego Marvel Super Heroes. Ich bin ja Riesenfan der Lego-Spielchen und ich habe das schon in Aktion gesehen auf der Gamescom. Es ist wieder übelst cool. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man dieses Mal so die Story aus The Avengers nachspielt. Das ist aber nicht der Fall. Du kannst tatsächlich alle Marvel-Charaktere nehmen, selbst Marvel-Charaktere, die kein Schwein mehr kennt, wie Howard the Duck, wie ihr von dem schon mal gehört. Das Coolste ist, dass man sogar Stan Lee freispielen kann. Der hat dann alle Fähigkeiten, also vom Hulk, von Captain America etc. Ich stehe auf dieses Spielchen. Es ist wieder so ein Open-World-Spiel mit einer eigenen Story. Deswegen, für mich weiß ich schon, wird ein Daumen hoch. Für den 3DS und die Wii U gibt es ein Spiel, mit dem wahrscheinlich niemand von euch gerechnet hätte, nämlich Sonic Lost Worlds. Und das ist tatsächlich, wie man von einigen Quellen hört, ich habe es nämlich selber noch nicht spielen dürfen, tatsächlich ein richtig gutes Sonic. Und das wäre ja das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass diese Reihe mal wieder cool wird. Sonic Generations war ja okay und diese Episoden, Sonic Episode 4, ja leider eher nicht so. Deswegen wäre mit Lost Worlds endlich mal wieder ein Titel da, der konkurrenzfähig zu Mario wird. Auch da bin ich gespannt, was die Tests so sagen werden. Und dann glaube ich, der größte Titel diesen Monat, Batman Arkham Origins, habe ich ebenfalls schon gespielt. Ich nehme mal ganz offen an, dass es jetzt nicht allzu viele Veränderungen geben wird. Auf der Gamescom hatte man da schon so ein Feature gezeigt, das so ein bisschen aussah wie dieses Rückspul-Feature aus Remember Me. Also man kann jetzt im Detektiv-Modus so ein bisschen noch coolere Sachen machen, aber im Grunde bleibt es dasselbe Spiel. Ich freue mich trotzdem drauf, weil die Batman-Spiele hatten einen großartigen Soundtrack, eine großartige Stimmung, ein großartiges Kampfsystem. Und das wird sehr wahrscheinlich so bleiben. Am 25. Oktober ist es soweit. Da mache ich wahrscheinlich sogar den Test für Giga. Also seid mal gespannt drauf. Auch am 25. kommt ein Spiel für Rollenspiel-Fans. Und da möchte ich euch an dieser Stelle schon mal verwarnen. Ich habe das jetzt schon ungefähr ein halbes Jahr nicht mehr gesehen, aber ich habe schon zweimal reingucken dürfen. Dämonikon, das schwarze Auge, wird ein Rollenspiel vom deutschen Publisher Kalypso. Das sah bisher katastrophal aus. Es hat nichts funktioniert. Es war eine absolute Backhölle. Und wer den letzten Titel von Kalypso gespielt hat, nämlich Dark, der weiß, dass es wahrscheinlich mindestens so billig und mindestens so kaputt sein wird. Ich lehne mich an dieser Stelle weit aus dem Fenster, aber ich habe in den Jahren, in denen ich das jetzt mache, nie erlebt, dass Spiele, die schon im Vorfeld so kaputt waren, dass die besser geworden sind. Deswegen eine eindringliche Warnung. Holt euch auf gar keinen Fall am ersten Tag Dämonikon und wartet erst mal ab. Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall angucken und sage euch dann, wie es ist. Sagte ich eigentlich gerade bei Batman Arkham Origins, dass es der größte Titel wird, da habe ich natürlich vergessen, dass Assassin's Creed 4 und Battlefield 4 diesen Monat noch kommen. Beide kommen am 29. Oktober. Und zu Assassin's Creed 4 braucht man, glaube ich, genauso wenig sagen wie zu Battlefield 4. Zu Battlefield werde ich Fabian diese Tage nochmal einladen und ihn fragen, wie er denn die Beta findet. Grafisch ist das ja sowieso über jeden Zweifel erhaben. Und bei Assassin's Creed 4 kann ich sagen, dass die normalen Versionen richtig, richtig schön aussehen, dass die Next-Gen-Fassung, die ich auf der Gamescom gesehen habe, aber tatsächlich gar nicht so hübsch ist, wie ich es erwartet hätte. Deswegen, falls ihr eine alte Konsole besitzen solltet, also eine Playstation 3, dann holt euch das ruhig jetzt schon, denn so groß ist der grafische Unterschied nicht. Und dieses Piraten-Setting fand ich einfach nur geil. Allein diese Tauchmissionen, wundervoll. Noch kein Startdatum hat übrigens The Wolf Among Us. Es wurde für Oktober angekündigt, ob das tatsächlich kommt, ist noch nicht klar. Das ist das neue Spiel von Telltale. Und wenn ihr euch erinnert, das sind die, die letztes Jahr das großartige The Walking Dead Adventure gemacht haben. Auch The Wolf Among Us wird wieder in Episodenform kommen und wahrscheinlich jetzt Ende Oktober starten. Das solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Wird dann wahrscheinlich wieder im PSN-Netzwerk oder bei Xbox Live oder eben bei Steam zu haben sein. Und jetzt habe ich tatsächlich noch ein Spiel vergessen. Goodbye Deponia kommt am 15. Oktober und hat jetzt schon die ersten Review-Scores bekommen. Ich habe die Version schon eine Weile zu Hause, habe es aber ehrlich gesagt noch nicht geschafft zu spielen. Aber wie man so liest, unter anderem bei den Kollegen von der GameStar, soll das ein richtig, richtig würdiger Abschluss für die Reihe sein. Für Adventure-Fans gibt es da, glaube ich, keinen Weg drumherum. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar Spiele ausgelassen, wie Just Dance, wobei ich das nicht unbedingt als Spiel bezeichnen würde, Skylanders Swap Force oder WWE 14, das grafisch aber ziemlich, ziemlich mau aussieht mittlerweile. Falls ihr sagt, ey, wie kannst du diese Spiele vergessen, schreibt die noch unten in die Kommentare, damit die anderen Leute Bescheid wissen. Werne ihr möchtet, geht das nächsten Monat weiter mit der Monats-Forschau für November und anderen Formaten. Ihr bestimmt ja mit.